Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen eine junge Dame vorstellen aus Ungarn, die es geschafft hat, hier im Kreis der Profis richtig aufzufallen. Sie ist nämlich erst 14 Jahre alt, Alice Alla-Stitch. Sie ist jetzt gerade eben in der Springprüfung der kleinen Tour im Finale im Stechen Zweite geworden. Alice mit Charneval, congratulations on your win, gratuliere zu diesem großartigen Erfolg. Wie ist denn das so, als ganz junge Reiterin hier im Kreis all dieser Profis an den Start zu gehen? Ein Fredrik Reiml hat hier gewonnen, Frederik Tillmann dann schon geschlagen aus Deutschland. Das ist ja nicht irgendwas. Sie wird auf Ungarisch antworten und wir werden dann übersetzen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich letztes Jahr auf die Weep-Tour ging und dieses Jahr kann ich auf die kleine Tour gehen. Und ich bin wirklich glücklich, weil mein Reiter in den ganzen Tag hervorragend war. Im ersten Tag gab es ein Problem, aber im letzten Tag ging er wirklich gut. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ganz schnell hat sie nicht nur gelernt, hier die Stars zu schlagen, sondern offenbar auch Englisch gerade eben konnte. Sie ist noch nicht oder wollte sie es nicht, aber jetzt auch dafür den Mut gefunden. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du ein paar Momenten vor mir nicht sprachst, aber jetzt hast du es schnell gelernt. Vielen Dank, Alice. Und gute Glückwunsch für die nächsten Shows. Dankeschön und alles Gute. Dankeschön.